Ne, da muss uns... Da muss jemand ziehen ... 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 Aber ich habe auch nicht so viel Schwung genommen, mit der Kart X wäre ich auch noch durchgekommen. Ich habe auch nicht so viel Schwung genommen, aber ich habe auch nicht so viel Schwung genommen. Ich habe auch nicht so viel Schwung genommen, aber ich habe auch nicht so viel Schwung genommen. Ich habe auch nicht so viel Schwung genommen, aber ich habe auch nicht so viel Schwung genommen. Ich habe auch nicht so viel Schwung genommen, aber ich habe auch nicht so viel Schwung genommen. Ich hätte auch nicht so viel Schwung genommen, aber ich habe auch nicht so viel Schwung genommen. Beeeeee! Ah! Hit! 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 Shoot, gut! Ja, gut! Ach du liegst auf! Alle auf einer Seite! Hey du liegst auf! Alle auf einer Seite! Was? Achso! Ich glaub die Seite ist sinnvoller! Oder? Ne, da muss uns... Da muss jemand ziehen! Du liegst auf! Auf dem Boden! Aber da kommt schon wer! Wenn ihr stecken bleiben müsst ihr mal hupen damit die vorne merken immer hupen damit die vorne merken dass da was ist dann fahren die weg Das ist das Nummernschild im Weg! Kann das? Nummernschild! Hast du das Nummernschild? Weiter! Also ich würd das Nummernschild vorne nach hinten machen das ist ja scheiße! Ja das ist scheiße! Das muss ich hier oben drauf machen! Fahr! Zieh! Warte! Mach einfach nur bremsen und beide mit der Winde ziehen! Was? Warte! 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 Du musst weiter weg! und nicht nach vorne dann ein bisschen weg falls das reißt, damit du da nicht zu ner Schuss fannst ich fahr jetzt schön neben dir so 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 los so 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 so